Mein Opa, der Weihnachtsmann Opa, ich glaub nicht mehr an den Weihnachtsmann. Ich weiß, dass du das bist. Na gut, mein Junge, ich geb's zu. Ich bin der Weihnachtsmann. Und jetzt, wo es raus ist, muss ich dich um Hilfe bitten. Hilfe? Bei was denn? Naja, könntest du mir was vorlesen? Meine Brille ist kaputt. Und in der Adventszeit muss der Weihnachtsmann doch im Heiligen Weihnachtsbuch lesen. Das sind doch Babygeschichten. Außerdem weißt du ganz genau, dass ich noch nicht so gut lesen kann. Ach, das macht gar nichts. Denn nur wer sehr jung ist, kann die Worte wahr werden lassen. Ja, ja, wer's glaubt, erzähle ich. Aber gut, ich lese es dir ein bisschen vor. Zim, Mehl, Zucker, Milch und Backpulver. Was soll das denn? Ach, wer hat denn die tollen Zimtsterne gebacken? Zimtsterne? Dein Sohn hat die gerade gebacken. Nach einem alten Rezept. Wahnsinn. Weihnachts... äh, Opa.